Sooo, Doom is over edited, Episode 4, Level 4. Die Sonne, Alter, ist ja sowas von schlubb. Mach mal bei mir ein bisschen lauter. Okay. Was? Ach du Facke, ach du Facke. Warte, was jetzt? Ach, die Jungs sind irgendwelche. Ach du Facke? 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 oh oh Nein! Ach, ich wollte die Kettensäge greifen. Ach, ich wollte die Kettensäge greifen. Ach, ich wollte die Kettensäge greifen. Ich bin schon wieder gleich tot. Wow! Ah, siehst du, ich muss entleben? Nein! Ah, ich bin tot! So! Nein! Das wollte ich! Ach Mann ey! Ich bin tot! Ach Gott! Ich bin tot! 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 Ach, vielleicht hab ich den schon wieder aufgesammelt. Ach, leck mich doch. Na gut, egal. Ist ja nicht so, dass mich irgendjemand interessieren würde. Ich bin heute schon wieder aufgeschmissen. Aber gut, das kennen wir ja. Und das ist ja nicht so, dass ich da nicht sch 읽te. Oh, ist das noch einer? Herzhaft? Ich hab schon wieder nur noch 15% Leben, ich glaub's nicht. Äh, wow, okay. Wow, das ist wow, alles wow. Ach, Mann. Nein, funktioniert so nicht. Ich hab die Dinger bereits aufgesammelt. Okay. Dann lass uns über die komplett alle liegen. Wir sind bis dahin nicht mehr. So, wenn wir noch irgendeiner, was wir machen, kann er zu mir kommen. Dann? Oh, oh! Oh, oh! Was ist das? Das war's. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich hab kein Plan, was ich hier machen muss. Ob ich die nicht alle Barraschen gebracht hab? Waren müssen wir das nicht so? Aber ich hab zwar die nicht alle wieder reingefroren. So, jetzt wieder da oben rauf, oder was? So, jetzt immer weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, schaut mal ein Arm. Jetzt geht da mal weiter. Er geht jetzt auch weiter. Ja, das ist gering. So, das war der erste Streich, und der zweite kommt zugleich, ist hier auch was, ja, oder auch nicht. Okay, also abwieder hier rauf. Ich hab immer noch keinen Plan, wonach ich irgendwie suche. Wir haben noch keinen Key und keinen Weg, wo wir weitergehen könnten. Das macht doch alles hier keinen Sinn, sag mal. So, das war's. 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 Hier geht's rauf, holt aber einen blauen Schlüssel, gut, ach hier geht's immer weiter, okay. Ah, der blaue Schlüssel, äh, bitte was, oh, was schon, äh, wo ging's jetzt weiter, nee, hier nicht, fänden, hier muss ich hin, genau. So, jetzt gehen hier das Ding rein, ah, oh, okay, das war's schon, obwohl wir noch fast zwei Drittel der Gegner haben, mir ist es recht, mir soll's recht sein. Keine Fragen, euer Herr, ich wollte nur ein bisschen Rüstung haben, in dem Sinne, so weit fahren. ...